Hallo und ganz herzlich Willkommen. In diesem Video geht es um das Milchstraßensystem. Du kennst bereits die Grundlagen der Mechanik und Optik. Nachher kannst du das Milchstraßensystem erläutern. Du bist vertraut mit den Begriffen Parsec, Scheibe, Zentralregion, Differenzielle Rotation, Halo und Corona. Und schon geht's los mit Parsec. Parsec bedeutet Parallaxensekunde oder auch Parallaktische Sekunde. Was ist darunter zu verstehen? Hier ist die Sonne und dort die Erde. Der Abstand bildet die Seite eines rechtwinkligen Dreiecks. Die rote Seite und die Hypotenuse schließen einen Winkel von einer Sekunde ein. Denkt dran, die Zeichnung ist nicht maßstabgerecht. Eine Sekunde ist fast nichts. Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, ist die Länge der roten Seite ein Parsec. Ein Parsec sind 3,26 Lichtjahre, das heißt die Strecke, die das Licht in 3,26 Jahre zurücklegt. Das sind gigantische 3,09 mal 10,16 Meter. Ein Parsec ist somit definiert als eine astronomische Einheit geteilt durch den Tangens von einer Sekunde. Eine Sekunde ist die Wenigkeit von einem Grad geteilt durch 3600. Und eine astronomische Einheit ist gerade der Abstand zwischen Sonne und Erde, also etwa 150 Millionen Kilometer. Und nun zum eigentlichen Thema, die Milchstraße. Seit dem Altertum kennt man ihn. Den typischen Lichtstreifen am Nachthimmel. Aber erst 1609 erkannte Galilee. Es handelt sich um viele leuchtende Himmelsobjekte. Der Name Milchstraße entstammt der griechischen Mythologie. Zeus wollte den mit einer sterblichen gezeugten Knaben Herakel seiner Gemahlin während des Schlafs zur Brust geben. Herakel saugte an Heras Brust so heftig, dass diese erwachte und ihn von sich stieß. Ein Strom von Milch ergoss sich über das Universum. So entstand die Galaxis vom griechischen Wort für Milch. Die Milchstraße. Die Milchstraße ist eine kosmische Großstruktur. Sie wird durch gravitative Kräfte zusammengehalten. In der Milchstraße gibt es etwa 100 bis 300 Milliarden Sterne. Einfachsterne, Doppelsterne, Mehrfachsterne und Sternenhaufen. Außerdem findet man riesige Mengen interstellarer Materie. Hier habt ihr noch einmal das Titelbild mit einer realistischen Darstellung der Milchstraße. In einem vereinfachten Modell möchte ich euch die Abmessungen der Milchstraße in Kiloparsec zeigen. Das ist die Milchstraße von oben. Sie ist stark vereinfacht, etwa kreisförmig. Der Durchmesser beträgt ungefähr 30. In der Vorderansicht hat die Milchstraße so ein Aussehen. In der Mitte beträgt der Durchmesser etwa 5 und an den Rändern jeweils 1. Der Abstand vom Anfang bis zum Ende ist natürlich wieder 30. Die Milchstraße hat die Form einer Scheibe. Sie sieht aus wie ein Diskus beim Sport. Kommen wir nun zu Scheibe und Zentralregion. Das ist das Zentrum der Milchstraße. Es befindet sich im Sternbild Schütze. Das Zentrum ist visuell nicht sichtbar. Gase und Nebel trüben die Sicht. Für die Beobachtung des Zentrums kann man Radiowellen untersuchen. Außerdem kann man es mit Infrarot und Röntgenstrahlen erforschen. Man hat dabei im Zentrum ein supermassereiches schwarzes Loch gefunden. Die Masse dieses Gebildes ist etwa 2 bis 4 Millionen Sonnenmassen. Man nennt das schwarze Loch auch Sagittarius A-Stern. Sagittarius ist der lateinische Name für Schütze. Kurz schreibt man dafür S-G-R-A-Stern. Wo das blaue Kreuz ist, befindet sich das Sonnensystem der Erde. Interessant ist natürlich der Abstand vom Milchstraßenzentrum in Kiloparsek. Er beträgt etwa 8,5. Und den Radius können wir vom Durchmesser ableiten. Etwa 15. Natürlich habt ihr schon lange gesehen, dass die Milchstraße von oben nicht ein einfacher Kreis ist. An dem Kreis sitzen Spiralarme. Die Vorstellung über die Zahl der Spiralarme war so. Früher glaubte man, die Galaxis besäße 5 Spiralarme. Heute spricht man nur von 2 Spiralarmen. Von besonderer Bedeutung für die Spiralarme ist die sogenannte differenzielle Rotation. Nimmt man 2 Punkte, die unterschiedlichen Abstand vom Zentrum aufweisen, so kann man folgendes feststellen. Sie zeigen verschiedene Winkelgeschwindigkeiten. Das führt dazu, dass die Spiralarme relativ labil sind. Wir haben es hier mit einem ständigen Werden und Vergehen von Spiralarmen zu tun. Kommen wir jetzt zur Zentralregion. Man kann sie sich als abgeflachte Kugel vorstellen. Die Zentralregion reicht nicht in die Spiralstruktur hinein. In der Zentralregion findet man eine hohe Sternendichte. Und außerdem eine hohe Dichte an interstellarer Materie. Wenn ich nach einer bestimmten Quelle vorgehe, muss ich die Zentralregion maßstabgerecht etwa so einzeichnen. Ihr Radius beträgt 8 Kilo Parsec. So habe ich es in einem Lehrbuch gefunden. Uns fehlen noch 2 Bestandteile des Milchstraßensystems. Halo und Corona.